Ja, was ist ein Nazi? Das ist eine zentrale Frage, die uns jetzt ja schon seit Monaten, seit Jahren beschäftigt. Wenn ein Ken Jebsen aus 10 Kilometer Entfernung an einer Reichskriegsflagge vorbeigeht, dann ist er selbstverständlich Nazi, auch wenn er die Flagge gar nicht gesehen hat. Zumindest dann, wenn wir den Mainstream-Medien glauben. Auch wenn er selber mit Rechtsradikalität nichts zu tun hat, ist vollkommen wurscht, dann ist er sofort Nazi. So sagen die Mainstream-Medien. Wenn aber jemand mit Wolfsangel, mit schwarzer Sonne, mit Hakenkreuz und mit so ein paar kleinen antisemitischen Äußerungen daherkommt, dann ist er selbstverständlich kein Nazi, vorausgesetzt er wohnt in der Ukraine. Das wird eine spannende Sendung, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendung von Geschichten aus Wikihausen. Es müsste die Folge Nummer 73 sein. Und diesmal endlich wieder mit dabei, mein liebster Kompagnon, das ist nämlich der Dirk Pohlmann. Hallo Dirk. Hallo Markus. Hier aus dem Obergeschoss bei Sommer ist immer, könnte man Kühler haben hier, kann ich mal sagen. Ja, mein Lieber, ich hab's hier kühler. Du kommst eben aus dem Führerbunker, ich weiß das. Passend zur Sendung. Da sind wir gleich wieder beim Thema. Da sind wir gleich wieder beim Thema. Okay, also Führerbunker. Mal gucken, ich hör mich ja selber nämlich gar nicht, jetzt höre ich mich ein bisschen. Okay, wunderbar. Ja, Dirk, da hast du mir heute ja tolle Themen angeschleppt. Also das sind ja gleich in Fülle wieder so ein Thema, wo man sagt, ich brauche mein silbernes Brechbecherchen. Also genau, für alle Zuschauer, wir sollten vielleicht schon vorweg ankündigen, das wird wieder eine Sendung, die sehr unappetitlich wird. Und Dirk, ich hab mir überlegt, vielleicht machen wir es mal so, dass wir wirklich jetzt endlich mal so ein Merchandise machen. Und also unsere Wikihausentasse wäre nicht schlecht. Die hatten wir ja mal, und das andere wäre jetzt vielleicht so ein silbernes Brechbecherchen, wo man auch draufschreibt, das silberne Brechbecherchen, ich hab keine Ahnung. Ich hab an so einen Fußballpokal gedacht, damit es sich auch lohnt. Ja, ich hab noch was weiteres, und zwar hab ich noch einen Nachtrag zur letzten Sendung, und wir müssen natürlich immer den kurzen Vorlauf machen. Diesmal auch wirklich kurz, weil viele Leute haben sich beschwert und sagen, 20 Minuten Vorlauf, das kann ich mir nicht antun. Da haben sie ja auch recht. Deswegen machen wir das gleich mal in kurz durch Lauf. Wikipedia ist kein Lexikon und keine verlässliche Quelle. Die Wikipedia wird als Propaganda-Instrument missbraucht. Besondersartikel im Bereich Gesellschaftswissenschaften, Geopolitik und Zeitgeschehen werden manipuliert. Auch Informationen zu pharmazeutischen Produkten enthalten gezielt Falschinformationen. Die Wikipedia vertritt immer die Ansicht der Regierung, der NATO oder der USA. Ja, Personen mit unsiebsamen Aussagen werden mit Signalwörtern wie Reichsbürger, Rechtsradikaler, Antisemit und Anti-Amerikaner und Verschwörungstheoretiker diskreditiert. Ja, und da haben wir jetzt vielleicht sogar einen Bezug zu der heutigen Sendung. Also man könnte ja mal schauen, wie sieht denn das heute aus? Wer wird denn hier als Reichsbürger diskreditiert oder als Rechtsradikaler und wer nicht? So, das ist unsere Seite auf Odyssee. Darauf wollte ich nochmal ganz dringend hinweisen. Ansonsten alles andere finden Sie auf wikihausen.de. Nochmal wikihausen.de. Und wenn Sie eine ganz wichtige Nachricht haben, dann schicken Sie uns die Nachricht bitte an Markus at wikihausen.de. Und eigentlich müsste jetzt auch hier wieder stehen. Dirk at wikihausen.de. Mia Kulpa. Ich habe es nicht hingeschrieben. So, und jetzt kommen wir zu einem Teil, der wirklich wieder Sprengstoff enthält, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hast du heute angeschleppt, das Thema. Führe mich ein wenig durch. Wir haben hier einen netten Herrn. Guck mal, der sieht doch ganz schnieke aus. Das ist der Andrii Bielecki. Wer ist denn das, Dirk? Also das Foto sozusagen, genau, windschnittig, wie die Selensky auch, im feinen Zwirn hier dargestellt. Das ist auch das Interessante. Also der Mann ist der Gründer des Azov-Bataillons und auch des politischen Flügels, der dazugehört. Und er war eine ganze Zeit lang Mitglied des Parlaments und ist eine zentrale Figur der extremen Rechten in der Ukraine. Und da kommen wir jetzt zu. In Wikipedia wird er, ich bin vor allen Dingen in die englische und deutsche Wikipedia gegangen, all das, was du am Anfang gesagt hast, muss man eigentlich mal internationalisieren, weil es ist kein Fehler, der in Deutschland auftaucht, sondern es ist ein Fehler, der international ist. Das stimmt also im Wesentlichen, was du gesagt hast, stimmt für alle internationalen Varianten, insbesondere in den westlichen Ländern. Aber gehen wir mal durch. Also du meinst unsere erste Folie, also das hier, Wikipedia ist kein Lexikon, keine Quelle und Reichsbürger, rechtsradikaler Antisemit, Anti-Amerikaner und Verschwörungstheoretiker für alle die, die von der NATO, von der Regierung und den USA nicht gemocht werden. Es gilt ja zum Beispiel, The Grey Zone ist nur ein gutes Beispiel oder Consortium News, also zwei der besten journalistischen Publikationen, die es zurzeit in den USA gibt, dürfen nicht als Quelle verwendet werden in Wikipedia, sind keine seriösen Quellen. Also dieses Spiel erstmal zu limitieren, wer überhaupt zitiert werden kann und dann die Art und Weise zu manipulieren, wie zitiert wird oder was berichtet wird. Aber dazu kommen wir jetzt ja im Einzelnen. Also André Bilecki wird schon mal mit dem Foto eben als Smarty dargestellt, aber das Ganze könnte man auch ein bisschen anders darstellen, wenn man will. Also gehen wir vielleicht mal weiter, wir gehen mal in das Leben von André Bilecki rein. Er wurde in Scharkow oder Scharkiv, je nachdem, geboren und dann kommen gleich die ersten Heldengeschichten. Er weigerte sich als Kind, stand der ganze Zeit drin als Zwölfjähriger, das haben sie dann wieder rausgenommen, der Pionierorganisation Wladimir Ilyich Lenin beizutreten und er hisste die ukrainische Flagge über seinem Schulgebäude. Dann nach dem Abitur studierte er Geschichte an der Universität Scharkow mit einer Arbeit über, das Abschlussarbeit war über einen nationalen Heroin der Ukraine. Er ist Mitglied in verschiedenen militanten nationalistischen Organisationen, das ist alles richtig. Er gilt als Vorsitzende beziehungsweise als Führer der neonazistischen Organisationen Soziale Nationale Versammlung. Dieser Begriff Soziale Nationale Versammlung beziehungsweise... Soziale Nationale Versammlung klingt ja schon ein bisschen so wie Drittes Reich. Soziale Nationale Ideologie, das hat sogar der Spiegel damals geschrieben, ist ein direkter Rückgriff auf die nationalsozialistische Ideologie, ist halt nur andersrum dargestellt. Und sie haben am Anfang, haben sie gerne damit gespielt, von der Symbolik, die gesamte Ästhetik, es passt alles mit Fackelmärschen und so weiter. Aber zunehmend, es gab Probleme, da kommen wir auch noch dazu, also 2014 fiel er doch arg dumm auf, also war eine der wichtigsten Figuren auf dem Maidan auch. Und er war wegen eines Mordes in Haft, diese Sache ist nicht ganz klar, ist übrigens auch in Wikipedia nicht mehr zu finden, dieser ganze Fall. Das ist eine der Sachen, die da rausgenommen worden sind. Und er wurde dann im Rahmen einer Amnestie aus der Haft entlassen. Und er war Mitbegründer im Frühjahr 2014, also der Kampfeinheit Bataillon Asov, inzwischen Regiment Asov. Bilecki streitet allerdings ab, steht hier, dass etwa die vom Regiment verwendete Symbolik in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus steht. Das kann man glauben oder kann man auch nicht glauben? Naja, die Wolfsangel steht nach dieser Ansicht nicht im Zusammenhang, die schwarze Sonne nicht. Aber sie haben dann angefangen, einzeln zu verbessern und das konnte man in einigen Artikeln sehen, dass immer darauf hingewiesen wurde, eigentlich alles kein Problem. Das einzige Problem, was es noch gibt, ist das Symbol der schwarzen Sonne, also drei Hakenkreuze übereinander. Das in der Wewelsburg als Bodenmosaik eingesetzt, eingelegt war, also sozusagen ein NSS-Symbol, was übrigens auch die Zeitschrift des Asov-Bataillons als Symbol geprägt hat. Also war sozusagen das Logo von Asov für die Zeitschrift. Und das haben sie dann auch mit rausgenommen. Also man hat erst den Popanz aufgebaut. Das einzige Problem, was man eigentlich hatte, ist die schwarze Sonne. Und dann haben sie es entfernt davon. Aber wir kommen ja gleich dazu. Hast du mir nicht erzählt, dass die Videos auf YouTube, dieses Asov-Bataillon hat ja auf YouTube einen Channel und die Videos auf YouTube wären so aufgebaut, dass diese Wolfsangel, die wir da sehen von dem Asov-Bataillon, die jetzt ja irgendwie so um 45 Grad versetzt ist oder was das war, dass die sich mit Morphing direkt aus dem alten SS-Symbol von dieser Einheit ableitet. Ja, das habe ich zumindest auch mal gesehen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Man hat dann gesagt, dass das eigentlich ein N. Das N ist im Kyrillischen ja nicht das N, was wir haben. Das sei aber eine alte Schreibweise, wird also großartig um die Ecke, um mehrere Ecken wird das elaboriert dargestellt und das sei nationale Identität. Also das ist nicht die Wachsangel. Entschuldigung mal, das ist doch überhaupt nicht glaubwürdig. Ja, gehen wir weiter. Hier ist einiges nicht glaubwürdig. Aber nehmen wir das mal als eine der Erscheinungsformen dieser vermittelten Glaubwürdigkeit. Und dann ist er ausgezeichnet worden für Tapferkeit und ist Oberlistleutnant im ukrainischen Innenministerium. Er hat also, Bilecki ist die Führungsfigur, der Führer, kommt ja auch, das kommt ja gleich, tatsächlich der Führer des Azov-Bataillons und auch der Kampfeinhardt-Bataillons inzwischen, das Azov-Regiment, von dem angenommen wird, dass ungefähr 10 bis 25 Prozent echte Nazis dabei sind. Zieht auch Rechtsradikale aus dem Ausland an. Aber davon abgesehen, wir gehen jetzt mal direkt auf Bilecki und gehen wir eine weiter. Und dann sieht man dort, hier sieht man rechts, siehst du diese NI oder Wolfsangel, die Gedrehte. Also die ganze Ästhetik, okay, muss man nicht erklären. Kann man so, wenn man drauf guckt, sieht man das. Politische Beobachter bezeichnen Bilecki als Neonazi und als Rechtsextrem. Im August 2014 behauptete die britische Zeitung The Daily Telegraph, Bilecki habe in einem Kommentar geschrieben, die historische Mission unserer Nation in diesem kritischen Moment ist, die weißen Rassen der Welt in einem finalen Kreuzzug für ihr Überleben zu führen. Ja, also das ist jetzt, Dirk, was hast du mal gesagt, der Unterschied, also Faschismus, ja, der Unterschied zwischen dem italienischen Faschismus und dem deutschen wäre gewesen, also wesensbildend wäre gewesen, die Rassenideologie. Und hier fällt jetzt das Wort Rasse. Antisemitischer Rassismus würde ich das nennen. Also die Faschisten haben sich, es sind ja deutsche Juden, bis Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre sogar nach Italien geflohen, weil das nicht, es war kein exterminatorischer, exterminatorischer Antisemitismus, Rassismus, sondern im Faschismus war halt der Anteil sozusagen das Heroische, das Leben ist ein Kampf und die Abwehr der Moderne, die Verachtung jeder Art von des Liberalismus, das Glauben an das Führerprinzip, der Krieg als sozusagen Lebensinhalt des Menschen und insbesondere des Mannes. Das sind so die Elemente, eine Gewaltherrschaft, ein Beseitigen auch von Gegnern, aber in sehr unterschiedlicher Form. Also der italienische Faschismus war bei weitem nicht so ausrottend wie der deutsche Nationalsozialismus. Aber jetzt gehen wir dazu, dieser Satz, historische Mission unserer Nation in diesem kritischen Moment ist, die weißen Rassen der Welt in einem finalen Kreuzzug für ihr Überleben zu führen. Bieletsky selbst beschreitet jedoch, diese Aussage getätigt zu haben. Das steht jetzt einfach mal so in Wikipedia drin. Dann ist ein Link dazu da, aber der führt nicht wirklich weiter. Bieletsky selbst betont, dass er kein Antisemit oder Rassist sei. In einem Interview erklärte er, er betrachte Israel und Japan als Vorbilder für die zukünftige Entwicklung der Ukraine. Diese Angabe hat mich, sozusagen sind zwei Sachen. Das eine ist, dass beides Nationen sind, also Israel hat sozusagen eine große Samurai-Kriegervergangenheit. Japan und Israel ist jetzt eine der sozusagen kriegerischsten Nationen, die sozusagen bekannt dafür sind, dass sie keinen Stein aufeinander lassen, wenn ihnen da etwas nicht gefällt. Also zwei sehr kriegerische. Wir wissen ja auch, dass ungefähr 40 Prozent der Israelis bei Umfragen der Meinung sind, dass man die Juden einfach beseitigen solle. Also das ist ein sehr harsches... Die Araber. Was habe ich gesagt? Die Juden beseitigen das? 40 Prozent der Israelis sind nicht dafür, dass man die Juden beseitigt, sondern die Araber beseitigt. Die Araber einfach ausrottet. Also das hat auch einen exterminatorischen Charakter. Die Friedensbewegung in Israel hat überhaupt keine Macht mehr. Es gibt überhaupt nur noch eine Partei, die das noch fordert. Also es sind zwei sehr stark davon geprägte vom Militärischen und auch Netanjahu hat gesagt, dass nur die Ideologie der Stärke hat er, als er das Shimon Peres Center für Atomwaffen eingeweiht hat, hat er das auch gesagt, dass nur der Stärke hat die Kraft zum Überleben und nur mit dem Starken wird verhandelt. Ideologie der Stärke. Ja, das klingt doch erstmal ziemlich nach dunkelster Vergangenheit aus Deutschland. Da haben wir auch schon mal sowas gehört. Nee, Italien. Wir haben auch eine Verbindung zwischen den italienischen Neofaschisten, die zum Beispiel Sayeret Matkal, also die Spezialeinheit der Israelis, so eine Art Seals, Navy Seals, wo Netanjahu beispielsweise drin war, ist eigentlich so Eintrittsvoraussetzung für die israelische Regierung, kann man sagen. Und die sind von Ausbildern der Flottiglia dei Cimamas aus Italien ausgebildet worden, deren Führer Valerio Borghese der Chef der italienischen Neofaschisten war. Und ich habe dazu ein paar interessante Aufsätze, wo dann gefragt wird, wie das denn diese italienischen Kampfschwimmer, also die beste Spezialeinheit des Zweiten Weltkriegs in dieser Form, wirklich gefürchtet und auch die bestausgebildetste Einheit des italienischen Militärs. Und die sagten, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, die Israelis sind die besten Faschisten, die wir kennen. Sie geben alles für die Nation. Das ist ihr einziges und ihr großes Ziel. Und sie sind genau wie wir. Und das ist ein Hinweis darauf, was jetzt, was Bilecki wahrscheinlich daran bewundert. Und die zweite Sache, die mir auffällt, ist, dass sowohl Israel als auch Japan international, also Israel wissen wir, dass sie Nuklearwaffen haben, aber offiziell haben sie keine. Sie sind ja in dieser Politik der absichtlichen Unklarheit. Das heißt, jeder soll wissen, dass sie Nuklearwaffen haben, aber sie geben es nicht zu. Und Japan von Japan wird, ich habe zumindest einen ehemaligen Chef des US-Nationalen Sicherheitsrats, bei einem Interview hat er mir das erklärt und ein israelischer Militärhistoriker, dass Japan sehr wohl in der Lage ist, Atombomben zu bauen. Und man nennt das Bomb in the Basement. Die haben also alles fertig und brauchen das nur zusammenzubauen, quasi zusammenzustecken. Und dann sind sie auch Atommacht. Sie gehen nicht offiziell in diesen Status rein, aber das ist das, was dazu gesagt wird. Dieses ganze Thema der Atomwaffen ist viel, viel umfangreicher, als wir das betrachten. In der Schweiz wollte zum Beispiel Atommacht werden, Schweden, das war sogar Olof Palme, der als Atomminister daran gearbeitet hat. In den 50ern war das die ganze Zeit die Idee, dass Schweden Atomwaffen haben sollte. Palme war Atomminister sozusagen für beides, für diese Absicht, Atomwaffen zu bauen, aber auch für die zivile Nutzung der Kernenergie. Und es gibt noch eine Reihe anderer Länder, zum Beispiel Südkorea, Taiwan, wo man nicht klar ist, inwieweit die auf diesem Weg tatsächlich gegangen sind schon. Also das heißt, da gibt es so einen Untergrund der möglichen Nuklearmächte. Es wurde ja, als Israel und Saudi-Arabien sich annäherten, wurde sogar in israelischen Zeitungen darüber berichtet, dass das vielleicht der Preis sei. Wenn man jetzt mit denen gut auskommt, dann will vielleicht Saudi-Arabien auch eine haben und das würde dann passen, weil es ein Gegengewicht zu den Iranern darstellen würde. Also das ist ein bisschen der Hintergrund. Ich denke, dass er das deswegen sagt. Also das heißt, diese Kriege... Also wenn er jetzt Israel gut findet, dann haben wir es ja schon mal auf den Punkt gebracht, das sind ja eigentlich jetzt die letzten Regierungen, die waren alle am rechten Rand, haben die sich bewegt, was die politische Aussicht anbelangt. Ja, keine Friedensverhandlungen, eine Politik der Stärke einer Politik und eben eine Politik des ewigen Kriegszustandes. Also das ist... Ja, das kommt mir auch stark und krank vor. Und jetzt, in der Ukraine wissen wir ja auch, dass die Forderung war von Zelenskyj, oder das ist ja eine Forderung, er hat es gesagt, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Ukraine hat ja die Atomwaffen, die sie besaß als ehemalige Sowjetrepublik, haben sie abgegeben und auf der Münchner Sicherheitskonferenz Ende 2021, 2021 hat Zelenskyj gesagt, das überlegen wir uns doch mal. Vielleicht wollen wir doch wieder welche haben. Und ich sage, also meine Anvermutung ist, dass Zelenskyj das hier in diesem Zusammenhang sagt. Also sehr mächtige militärische Nationen, also mit einer großen Kriegervergangenheit wie Japan und beide eigentlich geheime Nuklearmächte. Also wenn ich mir jetzt den Text nochmal genauer anschaue, dann sieht es für mich so aus. Also letzter Absatz, Beletskyj selbst betont, dass er kein Antisemit oder Rassist sei. In einem Interview erklärte er, er betrachte Israel und Japan als Vorbilder für die zukünftige Entwicklung der Ukraine. Das heißt, die Wikipedianer spielen jetzt hier damit, mit dem Wissen darum, dass die meisten Zuschauer wahrscheinlich gar nicht informiert sind und denken, naja gut, also wenn er jetzt für Israel ist, dann kann er ja gar kein Antisemit sein. Das passt ja dann überhaupt nicht zusammen. Das ist ja das gleiche Spiel, wie mit Zelenskyj ist der Präsident oder Ukraine ist Jude. Also kann das gar nicht sein, dass es hier mit Antisemitismus zu tun hat. Wobei man immer wissen sollte, dass Zelenskyj, als er gewählt wurde, er hat ja mit einem Friedensversprechen die Wahl gewonnen und wollte auch Minsk 1 und 2 durchsetzen. Und dann ist ihm vom rechten Sektor, also das heißt von dieser politischen Kraft, zu der er auch Bilecki erklärt, von einer anderen Figur als Bilecki. Selber wurde ihm gesagt, also dem Berater des Präsidenten, der hat öffentlich gesagt, wenn er nicht spurt auf der Linie der ukrainischen Nationalideologie, dann wird er auf dem Marktplatz in Kiew aufgehängt. Das hat er öffentlich gesagt, blieb stehen. Also daran sieht man, wie die Machtverhältnisse sind. Also das heißt, diese Rechten sind nicht besonders stark von den Prozentzahlen. Sie sind aber entscheidend und sie waren auch beim Maidan entscheidend. Das heißt, einer von ihnen, noch wieder jemand anders, hat gesagt, wenn wir nicht gewesen wären, wäre ja der Maidan so eine Art Schulenparade, Zitat geworden. Okay, gehen wir weiter. Also schau mal, wieder jetzt mal von Ken Jebsen ausgehend. Wenn der jetzt auf so einer Veranstaltung sich da zeigen würde, mit diesen ganzen Symboliken im Hintergrund würde jeder sagen, hey, das ist ein Nazi. Hat er nie gemacht. Er muss dir, ich habe es ja am Anfang so pointiert gesagt, da hast du jemanden, der tickt in seinem Kopf friedensbewegt, er ist eher Mitte-Links ausgerichtet in dem, was er sagt und trotzdem wird er als Nazi bezeichnet. Und jemand, der hier so eindeutig vor rechtsradikalen Symboliken dasteht. Wir kommen ja noch, geht ja noch mehr. Ja, abgesehen davon, dass die auch natürlich genauso präsentiert werden, wie wir es da sehen. Das ist ja eine ganz, ganz typische Präsentation. Wenn das ein Foto mit Ken Jebsen wäre, das ist der Punkt. Wir brauchen das nicht jedes Mal ausführen. Stellt euch einfach vor, dieses Foto gäbe es und der Mann am Rednerpult wäre Ken Jebsen, dann würden Leute in Rotation. Du würdest also Tagesspiegel und so weiter. Das brauchen wir nicht. Ist klar. Hier wird mit, eindeutig der Punkt ist, hier wird mit Zweiler Maß gemessen. Aber wie sehr mit Zweiler Maß gemessen wird, kommen wir jetzt noch dazu. Okay, nächste Folie? Ja. Die nächste Folie ist einfach, wie ich zeigen, hier sind verschiedene Artikel. Hier wird also, das sind die Links-Einzelnachweise und das ist Selenskyj politischen Gefangenen zum Kommandeur des Asov-Bataillons, wie Vetternwirtschaft ukrainischen Neonazis nützt, Nationalist, Asov-Bataillons, Starts Political Party. Also es geht so, man berichtet darüber, es sind Nationalisten, die diese Party gestartet haben, also die Partei Asov und die Pravi Sektor. Also das heißt, das ist ja auch die neue Sprachregelung. Es handelt sich nicht um Neonazis, ich würde sagen um Nazis. Das sind keine Neonazis. Da kommen wir noch dazu, was er da eigentlich sagt. Und die werden jetzt als Ultranationalisten bezeichnet. In einem der Artikel, die ich in den USA gelesen habe, ist er sogar ein Ultrakonservativer. Also das heißt, man rückt das Ganze von dem extremsten Rand so in die Mitte, damit es nicht so fürchterlich klingt, was dort gemacht wird. Also erstmals, die Etikettierung wird in Wikipedia durch diese Artikel, da wird gesagt, okay, der ist rechts, aber eben das Argument ist ja, es handelt sich um Ultranationalisten. Gehen wir mal weiter. Und dann sieht man, das ist hier jetzt Juni 2022. Also das heißt, ich habe gedacht, ich spinne, als ich das gesehen habe. Seit dem Krieg in der Ukraine sozusagen rotiert dieser Eintrag von Bilecki im englischen Wikipedia, wird also ohne Ende bearbeitet. Und wenn man jetzt mal reingeht, dann ist zum Beispiel hier 8.21 Uhr, 3. Juni. Vielleicht kannst du mal mit der Maus drauf, dann sieht man das besser. Und dann steht da, wenn du nach rechts rüber gehst, Political Views, White Leader. Das ist ein wesentlicher Punkt, weil er bezeichnet sich als der weiße Führer, White Leader, der weiße Führer. Das gibt es einen Artikel von Bilecki über sich selber. Und das wird immer wieder gerne rausgenommen. Es gibt also die härtesten Sachen, die er von sich gegeben hat, werden immer entfernt. Und wie wir ja gesehen haben, steht drin, Bilecki hat gesagt, diese Sache mit sozusagen, dass er nationalistisch, rassistisch und sozusagen dieser Führer der Weißen Nation ist, da würde er sich von distanzieren und sein Ideal, wie gesagt, Japan und Israel. Aber gehen wir mal weiter. Und dann haben wir hier, das ist zum Beispiel das Ding, was ich hatte. Bilecki ist also known as White Leader. Ja, das ist da angesprochen, Brigade Killing Russian Generals Playing Title, The Far Right Brigade Killing Russian Generals. Also es wird jetzt darauf hingewiesen, dass Azov-Brigade sozusagen die härteste Einheit der ukrainischen Streitkräfte ist. Sie sind dem Innenministerium mittlerweile unterstellt, sind also nicht mehr autonom. Sie werden ja auch finanziert von Komsomolsky, ein bisschen, also sozusagen einem jüdischen Oligarchen, der 400 Euro pro Monat für jedes, das ist in der Ukraine viel Geld, das ist oberhalb eines normalen Monatsgehalts, bekommen die. Und das von einem jüdischen Oligarchen ist auch wieder zu erklären, warum ausgerechnet Juden diese Gruppe mit rechtsradikaler Symbolik und rechtsradikalem Gedankengut unterstützen. Also man sieht aber hier, und darum geht es immer, das rauszunehmen. Und da sieht man links, in 2013, he wrote a brochure called The Word of the White Leader. Das Wort des weißen Führers. Und dann steht jetzt rechts, er ist bekannt als weißer Führer. Er hat aber eben dieses Pamphlet oder dieses Manifest, wie immer man das nennen will, selber geschrieben. Und es wird immer sozusagen entschärft, es wird rausgenommen, es ist zeitweise gar nicht drin, dann kommt es irgendwie wieder rein, aber dann wird diese Nebelwand aufgebaut, hat er das eigentlich wirklich geschrieben. Geh mal einen Schritt weiter und dann sieht man, das ist jetzt ein Foto, das ist unser Herr Bieletzki mit dem Symbol von der Asov-Bataillon oder Brigade. Und wenn du einen weitergehst, ist er hier wieder. Also ja, genau. Also diese ganze Aufmachung nicht als rechtsnationalistisch, also das ist Nazi, schuldig, sorry. Ja, aber wir können in die Sachen gehen wir einen weiter. Das fand ich auch interessant. Diese Geste ist erstaunlicherweise auch in Venezuela, also als Gaido im Fernsehen vorgestellt wurde von Klaus Kleber, als charismatischer Anführer, der die Welt, wo man gut retten wird, war genau diese gleiche Geste. Also das heißt, die Hand, rechte Hand, die Faust aufs Herz. Ich weiß gar nicht, wie das über den Atlantik geschippert ist, scheint aber eine rechte Geste zu sein, die so gilt. Aber da sieht man, das ist eben dieses militärische Kämpfer und darum geht es jetzt auch im Folgenden. Also das ist die optische Erscheinungsform von Asov. In der Mitte, der her im schwarzen T-Shirt ist unser Herr Bieletzki und wenn du jetzt nochmal weitergehst, dann wird er bezeichnet hier der Gründer des Asov-Bataillons und Putins schwarze Bestie. Also sozusagen der Horrorgegner von Putin. Und da steht auch unten, Andrei Bieletzki ist zur schwarzen Bestie der russischen Militärkommandanten im Krieg in der Ukraine geworden. Der 43-jährige Kämpfer, der in der östlichen Stadt Scharkow oder Scharkiv geboren wurde, führt zu seiner Gründung das Bataillonregiment Asov, eine ultrakonservative. Hier steht es. Eine ultrakonservative paramilitärische Gruppe, die 2014 gegründet wurde, um pro-russische Separatisten in der Donbass-Region zu bekämpfen. Der Region, die Russland unmittelbar nach dem Sturz der Regierung des kremlnahen ukrainischen Präsidenten Viktor Yanukovych destabilisierte. Das heißt, an der Formulierung sehen wir doch jetzt schon, dass jetzt die großen Medien den Bieletzki ja sehr schön finden. Deswegen vermeiden sie Ausdrücke wie Rechtsradikaler, Nazi, Reichsbürger wird alles vermieden. Und Antisemit ist er anscheinend auch nicht, obwohl er Grund zum Anlass dazu gegeben, also er hat Anlass dazu gegeben, ihn so zu nennen. Aber die Zeitungen schreiben so nicht. Also das heißt, das ist ein ganz liebes, kleines, weißes, demokratisches Knuddelhähschen. Das erinnert mich an irgendwas. Ultrakonservativ, ja klar. Und wir hatten ja auch die ganze Darstellung von der Donbass-Situation. Das heißt, es begann ja 2014 mit dem Putsch, begann ja die Beschießung des Donbass. Letztlich 14.000 Tote, also ein konstanter, wie soll man das nennen, Abnutzungsterror-Krieg gegen die Bevölkerung dort. Also das heißt, wahlloses Beschießen mit Granatwerfern, mit Artillerie, Scharfschützen, die Leute auf dem Weg zur Arbeit erschießen, ganze Familien. Und das wird hier bezeichnet als, dass Russland unmittelbar nach dem Sturz der Regierung des kremlnahen ukrainischen Präsidenten Viktor Yanukovych die Region destabilisiert hat. Wir brauchen das nicht endlos wiederholen, aber das war Minsk eins mit zwei. Das heißt, es sollte eine Autonomie geben. Die Ukraine hatte Russisch als die Sprache der Majorität in dieser Region, das sind Leute, die sich überwiegend als Russen empfinden, verboten und haben ein Unterdrückungs- und Gewaltregime dort eingeführt, mit eben der Gefahr, auf der Straße rumzulaufen für jedermann. Das ist die Darstellung. Aber Biletsky eben präsentiert als das schwarze Biest, das schwarze Ungeheuer, vor dem Putin nachts zähneklappernd im Bettchen liegt. Und machen wir weiter. Jetzt kommen wir dazu. Das ist das Papier, was Biletsky selber geschrieben hat, über den Führer. Also das heißt, ich habe es übersetzt über Google Translate, André Biletsky, eine kurze Biografie, Führer, woran erkennt man den Leader, also den Führer? Das ist jetzt sozusagen einmal Oberbefehlshaber der Patrioten der Ukraine. Den Artikel hätten wir auch nehmen können, weil das größtenteils über Biletsky geht. Patriotismus versus Nationalismus. Migranten, was man mit dem machen muss, die müssen natürlich weg. Was ist die Ukraine? Neues Zeitalter, Strafe für Nichtlieben. Also wir kommen noch in einzelnen... Das fühlt sich so ein wenig an wie mein Kampf. Ich kann mir da nicht helfen. Das ist der gesamte... Aber gehen wir weiter. Ich habe da einfach die Gliederung, warum Sozialnationalismus, warum Nationalsozialismus, also das ist, wie gesagt, selbst der Spiegel. Weltkrise und ethisches Chaos, Sprache und Rasse, der Primat von Frage 28, Demokratie, offensichtliche Mängel, Anführer der inhaftierten Patrioten, Geist ist der Grundlage unseres Kampfes und zum Schluss Sieg oder Tod. Das riecht doch alles mindestens mal rechtsradikal, würde ich sagen. Nein, das ist... Komm mal, also der Kampf, diese Kampfesgeschichte, wenn du jetzt... Das finden wir doch mal ganz schnell hier. Mein Kampf, komm. Das gucken wir uns das mal ganz schnell an. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht meinen Krampf eingebe. So, ähm... Guck mal hier. Na, das ist ein PDF, das ist doch bestimmt mein Kampf, oder? Jo, genau. Das ist nämlich... Ja. So, und jetzt gucken wir uns doch mal die Gliederung hier an. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm... Beginn meiner politischen Tätigkeit. Volk und Rasse. Hm, Moment mal. Wie hieß das andere bei ihm nochmal? Sprache und Rasse. Und Rasse, primat der Frage. Okay, wir gehen mal hier weiter. Die erste Entwicklungshalte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Hm, ähm... Was war das hier mit... Ähm... Warum Sozialnationalismus, ne? Ja, und auch Anführer der inhaftierten Patrioten. Es ist also die Darstellung, äh, Bilecki als geborener Führer, als geborener Kämpfer, der eben in dieser Eigenschaft die Führung übernimmt. Und dazu kommen wir jetzt. Ähm, wenn du... Ähm, also ich meine, Hitler hatte doch auch irgendwas mit Rasse in so einem ganzen Kapitel drin gehabt. Oder ich meine, ich gebe zu, ich habe das jetzt nur quer gelesen, die ganze Geschichte. Das kann man sich auch nicht dort durchgehend antun. Doch, da oben, das ist Volk und Rasse, ist ja ein Kapitel. Ja, hier, da. Genau, elftes Kapitel. Ich danke dir. Hier ist es. Also das ist, ähm... Es ist klar. Es sind ja diese Elemente, also das heißt, es ist diese, äh, der Rassessus, es ist antisemitischer Rassismus, es ist Biologismus, das heißt, eine Form von Sozialdarwinismus. Es geht um die Abneigung gegen... Dirk, also, ähm, äh, das ist gemein. Das werde ich dir, das werde ich dir richtig böse nehmen. Erwähne niemals Biologie mit... Biologismus nennt man das. Das ist der Ausdruck für diese Sache, dass, äh, ja, eben, äh, dass der Mensch geprägt ist, nicht durch seine, äh, Eigenschaften, die ihn als Mensch herausheben, also denken können, äh, lachen, äh, sowieso... Ja, es gibt nur leider keine, es gibt nur leider keine Rassen, das habe ich ja schon mal gesagt. Wenn du mich als Biologin fragst, frag auch einen Kollegen, ist wurscht, die geben dir alle dieselbe Antwort. Also, äh, äh, die Rassen, äh, also menschliche Rassen gibt es nicht mehr. Es gab sie ja mal, weil es ja Parallelenentwicklung gab. Biologismus meint, dass, äh, der Kampf, also, das heißt, das ist, was in diesen NS-Schulungsfilmen für die Kinder, äh, hat man dann gezeigt, äh, überall in der Natur kämpfen die Männchen umeinander, die kämpfen um, äh, der Schwächere muss vergehen, muss verhungern, wird gefressen. Äh, das ist mit Biologismus gemeint. Aber ich will jetzt gar nicht im Arzt... Vor allen Dingen, vor allen Dingen, ich will, ich will, das ist schön, dass wir das Thema mal haben. Und, äh, wenn dann das falsche Männchen gewinnt, äh, sagt dann das Weibchen ja, äh, äh, tut mir leid, mit dir gehe ich nicht los. Ja, vor allen Dingen ist immer die Frage seit Platon, ob ich mich, ob ich mich vergleichen soll mit einem Reptil, wenn ich in der Lage bin, Gedichte zu schreiben. Also, äh, warum man, warum man ausgerechnet auf die niedersten Funktionen zurück will. Na, es stimmt ja auch nicht. Also, du, du musst dir, du musst dir, du musst dir wirklich mal so Hirschkörmfe angucken. Wenn die Hirschkuh dann nicht mit will mit dem Hirsch, dann nimmt die, dann nimmt die den unterlegenen Hirsch. Und also, da gibt's, da gibt's haufenweise Spielarten, übrigens gerade bei, bei Primaten, ne, da ist das stärkere Männchen, das macht einen auf King Kong und das hat man bei Pavian ganz gut gesehen und da ist halt ein Männchen, was unterlegen ist, aber das kümmert sich rührend um die Brut, also macht Brutpflege. Und das kommt natürlich bei den Weibchen unheimlich an. Das heißt, letztendlich, letztendlich paart sich dann das unterlegene Männchen mit der, mit der gesamten Truppe da und das überlegene Männchen nicht. Ich wollte jetzt aber nicht in ein Referat über Biologie gehen, also die Logik, das kann man ganz einfach zusammenfassen, in der Natur ist, das ist in diesen, in dieser Zeit haben die Biologen das übersehen, in der Natur herrscht Damenwahl. Das Letztentscheidung hat das Weibchen und es wurde immer dargestellt, da kämpfen zwei Männchen und der Sieger kriegt das Weibchen, aber da kämpfen zwei Männchen und das Weibchen sucht sich hinterher einen aus. Aber jetzt, ich will ja kein Biologie-Referat machen, wenn du da mal weitergehst. Das Schöne ist auch, das heißt, wir sagen jetzt, das ist der Biologismus von vor 150 Jahren. Ja, 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 also Biologismus ist ein Begriff. Aber jetzt, ich will nicht in dem Thema, ich will jetzt ein bisschen, wie ist, wer ist Bielecki? Und dann steht hier, seit seiner Jugend war er sportlich aktiv, er hatte die erste Jugendmeisterschaft-Boxklasse, also schlechte Übersetzung. Er hat also geboxt und dann hat er im Sportverein Minamoto-Clan unter der Leitung von Gennady Minka, wer immer das sein muss, also er hat eine ganze Reihe von Kampfsport-Ausbildungen, Kampfsportarten betrieben. Später beteiligt er sich an Messerkämpfen, am praktischen Schießen und anderen Sportarten, in denen er erfolgreich war. Große Erfolge. Diese Fähigkeit halten ihm, ein hohes Niveau zu erreichen und das Ausbildungssystem und in dem von ihm geleiteten Organisation hat er dann übernommen. Später wurde bevorzugt auf der Straße gekämpft, nicht in den Ringen. Das heißt, wir haben es mit jemandem zu tun, der mit Kampfsportmethoden und mit Messerkämpfen und Schusswaffen auf der Straße agiert. Das kann man natürlich als Kämpfer bezeichnen oder wahrscheinlich hat es einen, wie wir auch sehen, er war ja im Gefängnis dann einen kriminellen Aspekt. Also er ist ein hartgesottener Streetfighter. Im Grunde genommen haben wir sowas wie den Abu-Shaka-Clan in Berlin, so in der Kategorie und dafür kann man sich das vorstellen. Also die härtesten Jungs von der Straße, mit denen man sich besser nicht anlegt, weil sie ohne Regeln kämpfen. Da musst du doch sagen, das ist doch ganz klar ein Extremist so und mit dem, was wir da jetzt eben gesehen haben. Okay, wir machen weiter. Das ist eins. Das heißt, er ist auf der Straße mit, wie gesagt, mit Messern, mit Schusswaffen usw. unterwegs. Und jetzt kommt der zweite Teil, der zur NS-Ideologie gehört, nämlich das Führerprinzip. Die NS-Ideologie hat ja davon geredet, dass es natürliche Führer gibt, also wie diese Hirschkäfer, die miteinander kämpfen, der gewinnende Hirschkäfer. Und jede Form von Wahl ist eine idiotische Abirrung davon, weil sie verhindert, dass die lebensfähigsten, durchsetzungsfähigsten Individuen an die Spitze kommen. Man darf also nicht wählen. Demokratie ist was für Weicheier und für niedere Rassen. Und so schreibt er, Bielecki hier auch, der wirkliche Führer wird nicht gewählt oder ernannt. Er kommt von alleine. Die höchste Welt macht Gott Natur. Die Vorsehung, das kennen wir auch von Adolf Hitler, die Vorsehung hat ihn ja bestimmt zum Führer von Deutschland, die Geschichte, wie auch immer sie nennen, schickt einfach ihren Vertreter zu uns. Und der muss dann erkannt werden von den Leuten. Sozusagen das ist mein Glück, dass ihr mich gefunden habt, hat Adolf Hitler gesagt. Das ist diese Ideologie des Führerprinzips, wie es eben ausgeführt hat. Und das kommt immer hier entgegen. Um diese Mission zu erfüllen, gibt sich der Führer hin mit maximaler Autorität. Hitler war ja unverheiratet und hat nur für sein Land gelebt. Also das heißt, und die Leute, die Aufgabe war ihm zu folgen. Er war der oberste Rechtsherr. Er hat das Land bis in seine Einzelheiten durch seinen genialischen Regierungsstil geprägt. Ein Auftrag, es gibt keine, er nimmt diese maximale Autorität mit, die gesamte Last nimmt er auf sich. Es gibt die Verantwortung, keine offiziellen Pflichten, einen Auftrag von jemandem, einen Wahlbezirk oder ein feierliches Bürgern, eine Person sozusagen. Also das ist dieser entschlossene Führer, der Mut hat und der die Verantwortung übernimmt und erfüllt die höhere Mission. Das ist klassisches NS-Führerprinzip, wie wir es hier lesen. Also das heißt auch dort eine Anknüpfung an diese Ideologie. Also das ist jetzt alles eine automatische Übersetzung, deswegen stimmt das nicht ganz klar. Weil das ist am Original, man findet das nicht auf Englisch oder Deutsch. Man findet es nur, man muss wissen, was man sucht. Und jetzt kommen wir zu dem Nächsten. Das ist nämlich auch hier wieder, ich meine die Ästhetik davon, sorry, also das ist, das brauche ich nicht näher ausführen. So und da geht es über den ukrainischen Sozialnationalismus und das ist jetzt auch wieder ein Text von Bilecki, in dem er beschreibt seine ideologische Welt und die mystische Hauptidee des Sozialnationalismus, wir können auch Nationalsozialismus sagen, nämlich des ukrainischen Nationalsozialismus, ist die Schaffung einer nationalen Supergemeinschaft, eines einzigen biologischen Organismus, das ist im Sinne von Biologismus jetzt wieder gemeint, der Staat ist ein Organismus, es gibt einen Kopf, der führt, Arme, die ausführen, aber die Arme sollen nicht die Rolle des Kopfs übernehmen, also komm nicht auf die Idee, dass du durch Wahl in diese Richtung kommst, besteht eine Gruppe verstreuter Individuen, die mechanisch, also das ist, der Staat wird erst durch diese Führer zu einem Organismus, der funktionsfähig ist und dann steht hier unten, der Sozialnationalismus basiert auf einer Reihe grundlegender Prinzipien, die ihn deutlich von anderen rechten Bewegungen unterscheiden, das ist eine Art Dreiklang, Sozialität, Rassismus und Großmacht, das ist das, schreibt er selber, das ist von Bilecki, dieser Text ist von Bilecki, wir konkurrieren darum, eine harmonische nationale Gemeinschaft zu schaffen, das ist die Idee der Volksgemeinschaft, die jetzt kommt, wir argumentieren, dass eine scharfe soziale Trennung zum Verfall und zur Auflösung des Geistes der nationalen Gemeinschaft sowie zur Förderung von Egoismus führt, also kein Individualismus, wir lehnen die Existenz der Reichen nicht ab, vorausgesetzt, dass materielle Werte von ihnen nicht durch ehrliche und gesellschaftliche Arbeit erlangt werden, wir lehnen die Möglichkeit der Existenz der Armen ab, jeder Ukrainer muss unabhängig von der geleisteten Arbeit einen angemessenen sozialen Status und materielle Unterstützung haben, das ist jetzt genau das Prinzip der Volksgemeinschaft, also sozusagen alle sind im selben Boot unterwegs und helfen sich gegenseitig, klingt erstmal gut, basiert aber darauf, dass man Leute ausschließt, also ein Jude kann nicht Mitglied der Volksgemeinschaft sein und hier sind es die ukrainischen Superrasseangehörigen, gehen wir weiter, das kommt jetzt auch noch, also das ist also hier steht schon was mit Übermenschen, die Gemeinschaft wird definiert, wer dazugehört. Ja, du hast ja jetzt ja hier schon diese Übermenschen noch drinstehen, darüber kann man den Absatz leider nicht lesen, weil das hier dazwischen klebt. Ja, ja, ich will, du kannst einfach, das ist insgesamt, aus dem Prinzip der Sozialität folgt unsere völlige Ablehnung von Demokratie und Liberalismus. Ich erinnere, dass die Leute von dem Stiftung Liberale Moderne, also Marie-Louise Beck, die Grüne mit ihrem Mann Ralf Hüchs, die ja gerne in der Ukraine für diese Leute Werbung machen, also für den ukrainischen Staat als Superdemokratie, also das heißt die Ablehnung von Demokratie und Liberalismus, das sind die Leute, deren sozusagen deren Machtpolitik in der Ukraine von Leuten wie dem Zentrum für liberale Moderne unterstützt werden, weil sie in gewisser Weise nützliche Idioten für andere machtpolitische Spiele sind, aber so wird es hier genannt, die Spaltung der Nationen in isolierte Einheiten und die Macht der grauen Masse über herausragende Individuen hervorrufen, also Individualismus ist nicht für jeden etwas, sondern nur für Besondere und nur durch dieses Zusammenwachsen in diesem Organismus, in diesem biologischen Organismusvolk kann sich jeder hervortun, und zwar entsprechend seiner Stellung, das kommt jetzt noch, stattdessen stellen wir die Ideen der nationalen Solidarität, der natürlichen Hierarchie und der Disziplin als Grundlage unserer neuen Gesellschaft vor, nicht das demokratische Votum, Anführungszeichen, der Menge, die ihrem eigenen Leben keinen Rat geben, also keinen Sinn geben können, nicht dem Leben des Staates, sondern die natürliche Auswahl der besten Vertreter der Nation, geborene Führer, das ist das Führerprinzip, wer ein solches Machtsystem für inakzeptabel hält, der möge darüber nachdenken, ob ein modernes Machtsystem akzeptabel ist, in dem eine Prostituierte und ein Akademiker das gleiche Stimmrecht haben. Das ist vollendend antidemokratisch, die Idee des Demokratie, okay. Das ist mein Kampf, das ist die zweite Aufgabe von Mein Kampf ist das. Deswegen sage ich ja, wir brauchen nicht darüber reden, wie die aussehen, sondern er sagt das hier, indem ein Degenerierter, soll das heißen, ein Degenerierter, degradierter, drobenabhängiger oder Pederast bei Wahlen mit dem Kommandanten einer Panzerdivision gleichberechtigt ist, also sozusagen diesen großartigen Führersoldaten, Menschen werden von Natur aus mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fähigkeiten geboren und daher ist es das größte Glück eines Menschen, wenn er seinen eigenen Platz in der nationalen Hierarchie findet und seine Lebensaufgabe treu erfüllt. Die einen oben, die anderen unten. Ich ende daran in der NPD, im NPD-Wahlprogramm, als ich damals Schüler war in der Schule, habe ich das gelesen und da steht drin, nicht allen das Gleiche, jedem das Seine und ihr wisst, wo jedem das Seine noch drüber stand. Ja, genau. Das stand... Vielleicht sagst du es aber mal, Markus, weil es vielleicht... KZ, das war ein KZ, aber welches war es denn jetzt? Sachsenhausen? Es ist auf... Ich meine, es war Dachau. Ich bin aber nicht sicher. Dachau. Ich bin nicht sicher. Okay, die mystische Hauptidee des Sozialnationalismus, also Nationalsozialismus, besteht darin, anstelle, das ist die nächste Folie, eines Haufens unterschiedlicher Individuen, die mechanisch durch den Namen Ukraine und das Vorhandensein eines ukrainischen Passes vereint sind, die ist, die nationale Supergemeinschaft zu schaffen. Einen einzigen biologischen Organismus, der aus neuen Menschen besteht, physisch, intellektuell und spirituell entwickelt. Aus der Masse der Individuen muss die Nation hervorgehen und aus dem schwachen, modernen Menschen der Übermensch. Das ist volle Kanne NS-Ideologie. Ja, das sind die Aria hier, die hier sprechen. Ja, genau. Genau. Also gehen wir ein weiter. Einen Folie weiter, bitte. Ich mache jetzt nur, zeige, Rassismus, unser ganzer Nationalismus, ist nichts, eine Burg im Sand, ohne das Fundament des Blutes, das Fundament der Rasse. Es ist charakteristisch für den traditionellen Nachkriegspost-Unhof Nationalismus, den Karren vor das Pferd zu spannen, zu erklären, dass die Nation ein sprachliches, kulturelles oder territorial-ökonomisches Phänomen ist, in Anführungszeichen, wo ja jeder dann eine gleichberechtigte Rolle haben könnte, wenn er sozusagen, das ist die Idee des Staates mit einem Staatsbürger, also wenn Hugenotten kommen nach, ins Preußische Reich, dann werden sie Mitglieder, werden sie untertan des Preußischen Königs und sind innerhalb von zwei Generationen heftig im Offizierskorb vertreten. Das ist nicht hiermit gemeint, hier ist die rassereine Aufteilung. Die Bedeutung spiritueller und kulturell-sprachlicher Faktoren sowie das Territorialpatriotismus lehnen wir sicherlich nicht ab. Aber nach unserer tiefen Überzeugung sind all dies nur Abkömmlinge unserer Rasse, unserer Rassenatur. Wenn die ukrainische Spiritualität, Kultur und Sprache einzigartig sind, das glauben sie, sie glauben es besonders hochstehen, dann nur, weil unsere rassische Natur einzigartig ist. Wenn die Ukraine ein irdisches Paradies ist, dann nur, weil unsere Rasse sie zu einem gemacht hat. Stellen wir uns jetzt mal vor, Ken Jebsen hätte einen dieser Sätze gesagt, wären wir wieder bei dir. Was würde, denn würde die Amadeo-Antonio-Stiftung mit Schnapparten im Parlament sagen, die würde überhaupt nichts machen, weil die dann schon alle in der Klinik liegen. Nochmal, Claudia Roth steht bei diesen Leuten und sagt, Slava Ukrainer, Ehre der Ukraine, also den Slogan von diesen Leuten, sie biedern sich dabei ab. Hat sie gesagt? Ja, das hat sie gesagt. Passte dann ja damit zusammen, dass sie da zuletzt irgendwie eine Anzeige oder zumindest eine Aufforderung bekommen hat, dass sie da was mit mit der Kunstmesse, was da war. Das war ja, da war übrigens auch Ralf Fuchs dabei und auch wieder war mit ihr, stand auf dem Foto daneben. Also das ist das Umfeld, in dem sich diese Herren und Damen aufhalten. Also bringen wir es auf den Punkt. Also dieser Bilecki ist ein waschechter Nazi. Das hat nichts mit Neonazi zu tun. Machen wir mal weiter. Das ist ein Nazi. Das ist ein echter Nazi. Das ist ein echter Nazi, genau. Also das ist kein Neonazi, das sind keine... Der frisst keine Kreide. Der frisst jetzt Kreide, weil er Unterstützung will. Dazu kommen wir ja noch. Aber wenn du noch mal weitergehst, also das ist alles, es ist, es könnte direkt aus dem Deutschen 1942 stammen, diese ganze Schriften. dementsprechend muss die Behandlung unseres nationalen Organismus mit der rassischen Säuberung der Nation beginnen. Bitte euch. Dann wird ein gesunder Nationalgeist in einem gesunden Rassenkörper wiedergeboren und mit ihm Kultursprache und alles andere. Neben der Frage der Reinheit müssen wir auch die Frage der Vollständigkeit der Rasse der Frage Aufmerksamkeit schenken. Die Ukrainer sind ein Teil und einer der größten und hochwertigsten der europäischen weißen Rasse. Jetzt kommen wir genau dazu. Er ist ja der Anführer der weißen, sozusagen der Führer der weißen Rasse, so ist ja sein anderes Papier, was wir vorhin gezeigt haben, Rassenschöpfer einer großen Zivilisation der höchsten menschlichen Errungenschaften. Also der Ukrainer ist sowas wie der deutsche Übermensch der NS-Ideologie und die, übrigens die Geschichtsbücher, die jetzt in der Ukraine verteilt werden, sind zum Teil so absurd, dass sie behaupten, die Ukraine hätten das Schwarze Meer, also die ukrainischen Altukrainer, also die tausenden Jahre Vorfahren, hätten das Schwarze Meer gegraben. Das sind Supermänner gewesen, Rassenschöpfer einer großen Zivilisation der höchsten menschlichen Errungenschaften, die historische Mission unserer Nation an diesem Wendepunkt, warte mal, jetzt bin ich hier gerade, an diesem Wendepunkt des Jahrhunderts besteht darin, die weißen Völker der Welt im letzten Kreuzzug, um ihre Existenz zu führen und zu führen. So jetzt kommt es, ein Marsch gegen das semitisch geführte Untermenschentum. Das ist das Zitat, von dem wir in Wikipedia vorher gelesen haben, also das semitische Untermenschentum und der Führer der weißen Rasse, von dem Beletsky gesagt hat, habe ich nie gesagt. Hat er vielleicht nicht gesagt, sondern war geschrieben. Also es ist von ihm und das ist unglaublich. Das ist ja unglaublich. Er hat es wirklich gesagt. Das hier ist ein Pamphlet, was dem Kampf, also mein Kampf, in nix nachsteht. Wenn ich darüber lache, dann bitte ich um Verständnis. Das ist ja einfach, das ist einfach nur grotesk, was wir hier sehen. Man könnte meinen, dass das wäre irgendwie, das wäre irgendjemand, der, weiß ich nicht, der irgendwie aus der Zeitmaschine stammt und jetzt gerade mal 80 Jahre in die Zukunft katapultiert wurde und jetzt hier aufgewacht ist. Also er ist wieder da, so ungefähr, ja. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Und das meint er aber ernst. Er meint es ernst. Und das Wichtige ist, wie gesagt, in Wikipedia stand, ist das unklar gehalten. Also sozusagen, es wird ihm vorgeworfen, das gesagt zu haben und er sagt, nee, habe ich nie gesagt. Und das ist diese, diese zwei Sätze, die historische Mission unserer Nation an diesem Wendepunkt des Jahrhunderts besteht darin, die weißen Völker der Welt im letzten Kreuzzug, um ihre Existenz zu führen und zu führen. Ein Marsch gegen das semitisch geführte Untermenschen tun. Das ist genau das, was in Wikipedia abgestritten wird. Und ich kann es finden. Also ich weiß ja, dass die Wikipedianer uns zusehen. Das heißt, liebe Wikipedianer, guckt euch mal genau den Text da an. Da ist ein Link dazu. Und dann guckt ihr euch das mal als Quelle an. Und ich wette darauf, dass ihr das natürlich wieder nicht als Quelle zulassen wollt. Aber es ist ja eine Quelle, die zulässig ist. Das wisst ihr auch ganz genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das hinbekommt, diesen Text, der da steht, als Quelle zuzulassen und dann euch einzugestehen, dass dieser Bilecki ein waschechter Nazi ist. Ein Hardcore-Nazi. Der Typ will Führer werden. Und ihr behauptet, nö, könnte er nicht sein. Wenn du auf die nächste Folie gehst, ich will das jetzt nicht mehr alles vorlesen, nächste Folie, da ist auch nochmal, die Aufgabe der jetzigen Generation besteht darin, das Dritte Reich, die Großukraine zu schaffen. Und dieses Problem ist überraschenderweise weniger politisch als vielmehr biologisch. Wie ich dir sagte, biologisch. Jeder lebende Organismus in der Natur strebt nach Expansion, Reproduktion, Vermehrung. Das ist genau das, was dir sagte in diesem Film für Kinder, die kämpfenden Käfer, sozusagen einer, dem einen gehört es dann und der schnappt es sich von dem anderen und die anderen müssen vergehen. Das Gesetz ist sowohl für den Infusorienschuh, also für kleinste Einzeller, als für den Menschen und für die Nationen Rasse universell. Das Stoppen der Entwicklung bedeutet das Aussterben in der Natur, den Tod. Was ich eben sagte, das ist dieses biologistische Weltbild. Die Hemmung des Bevölkerungswachstums fährt zum biologischen Tod der Nation, zum Ende der politischen Expansion und zum Niedergang des Staates. Tausende Male haben wir das Stöhnen von Pseudonationalisten über unsere Unterdrückung durch Polen und Moskau gehört. Das geht ja übrigens auch nicht mehr. Das mit den Polen geht natürlich nicht mehr. Moskau geht. Ihre Flüche gegen die Imperien. Sozialnationalismus ist nicht so behauptet. Wenn wir stark sind, dann werden wir uns alles nehmen, was uns zusteht. Also das heißt, man nimmt es sich. Das ist nichts. Also das ist die Ideologie, so wie Adolf Lebensraum im Osten sich nimmt von den Völkern, weil eben Lebensraum, er braucht das Lebensraum für die deutsche Bevölkerung, die wachsen muss und die anderen müssen halt vergehen in den Lagern und absterben. Was uns zusteht, noch ein bisschen mehr, wir werden unser Supermacht-Imperium aufbauen, die Großukraine, die der Rechtsnachfolger sein wird, des Güten- und Kiewo-Russischen Reiches, also Rückgriff auf eine glorreiche Volkszivilisation, die wiederhergestellt werden muss, also das Germanentum von Adolf in anderer Form. Wenn wir schwach sind, dann haben wir einen Platz unter den besiegten, sterbenden Völkern, denn dies ist die Natur. Die Wahl liegt bei uns. Auch das hat übrigens Hitler gesagt. Wenn die Deutschen den Krieg verlieren, dann haben sie bewiesen, dass sie nicht dazu in der Lage sind, zu überleben und haben auch keinen Platz mehr. Deswegen kamen ja die Befehle, dieser Nero-Befehl, also das heißt, am Ende des Krieges alles zu zerstören, weil die Deutschen waren den Hitler nicht wert und hätten nicht überleben müssen. So hebt der Sozialnationalismus alle alten ukrainischen arischen Werte auf den Schild, die in der modernen Gesellschaft vergessen wurden. Nur ihre Wiederbelegung und Umsetzung durch eine Gruppe fanatischer Kämpfer. Fanatismus übrigens auch ein zentraler Begriff der NS-Propaganda. Also Fanatismus hatte eine sehr positive Bedeutung. Nur der fanatische Kämpfer ist also, der durchdrungen ist vom Nationalsozialismus, ist ehrenwert, kann zum endgültigen Sieg der europäischen Zivilisation im Weltkampf führen. Darauf stehen wir. Also damit ist gemeint, auf dieser Grundlage stehen wir. Wir können nicht anders. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und dann kommt Ruhm der Ukraine, Slava-Ukraine, was also unsere Claudia Roth gesagt hat. Und dann steht eben sein Name, Andriy Bilecki. Das heißt, das ist sein Kurzversion von Mein Kampf, aber volle Kanne Nazi-Ideologie in jedem einzelnen der Aspekte. Ja, ich hätte noch was zu ergänzen. Also das, was er hier macht in Sachen Biologie, ist ja, am schlimmsten sind ja immer die Typen, die ein gesundes Halbwissen haben. Also was haben wir hier? In der Natur strebt, also die Natur, also jeder lebende Organismus in der Natur strebt nach Expansion, Reproduktion und Vermehrung. Ich kann noch nicht mal behaupten, dass das falsch wäre. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich, das sind einige Kennzeichen des Lebens. Allerdings hat er was Entscheidendes vergessen. Wenn ich einen Organismus habe zum Beispiel und Hautzellen, also ich habe eine Wunde und die Hautzellen teilen sich dann so lange, bis die Wunde geschlossen ist. Wenn Sie einen Partner, einen Nachbarn gefunden haben, stellen Sie die Teilung ein. Wenn ich eine Population von verschiedenen Tieren habe, wird die Population sich auch an die Umgebung anpassen. Das heißt also, sie werden nicht diese Gegend überbevölkern, sondern sie stehen im Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Da gibt es meinetwegen dieses Räuber-Beute-Schema, das kennen ja vielleicht einige, aber es gibt auch andere Mechanismen, dass zum Beispiel, wenn es da viele Kaninchen gibt, die reproduzieren sich einfach nicht mehr. Auch wenn der Räuber fehlt, dann reproduzieren sie sich trotzdem nicht mehr, weil das Stresslevel steigt. Das heißt also, er vergisst hier einen ganz elementaren Punkt, das heißt also, er möchte sich unendlich teilen. Naja, das gibt es in der Biologie auch, das ist ein Krebsgeschwür. Also das heißt, diese... Tu doch diesem Mann nicht, das ist Sozialdarwinismus aus dem... von meinem Kampf, quasi aus diesen Ideen, aus diesem Ideenkosmos. Ich finde, da braucht man, das kann man einfach abhaken. Das ist... das ist eine... eine primitive Form, also dafür ist dann ein Biologielehrer wie du da, das klar zu machen, dass die Natur sehr viel komplexer ist und vor allen Dingen nochmal, wir sind menschliche Wesen, wir sind zu ethikfähig, wir sind zu einem Zusammenleben, wir sind zu Altruismus fähig und das hier geht davon aus, es geht nur darum, dass ich meine Klauen und Kiefer irgendwo anders reinschlage, also sozusagen, so kann ein Mensch, der angewiesen ist auf ein Zusammenleben in einer Gemeinschaft, kann er schwer existieren. Es ist halt so, irgendjemand versucht dann immer den Chef zu machen und jetzt ist interessant, von wem er unterstützt wird. Aber ich gehe nochmal auf die nächste Folie, ich will einfach nochmal den Bogen rund machen, das ist politische Position, das ist das, was ich am Anfang gezeigt hatte, nochmal, das war das, Sie haben jetzt eben gesehen, was Bilecki sagt, so steht das in dem deutschen und im englischen Wikipedia, in beiden drin, politische Beobachter bezeichnen Bilecki als Neonazi, also ich bezeichne ihn als Nazi und als Rechtsextrem, im August 2014 behauptete die britische Zeitung The Daily Telegraph, Bilecki habe in einem Kommentar geschrieben, die historische Mission unserer Nation in diesem kritischen Moment ist, die weißen Rassen der Welt in einem finalen Kreuzzug für ihr Überleben zu führen, das wird nicht zitiert mit der Quelle, sondern aus dem Zeitungsartikel von Daily Telegraph, Bilecki selbst bestreitet jedoch diese Aussage getätigt zu haben, so steht das in Wikipedia, so bleibt das drin. Das ist eine ganz trickreiche Nummer ist das, das heißt also, entweder haben wir hier einen selten dämlichen Wikipedianer oder wir müssen uns erstellen, dass der Daily ganz genau weiß, was er da tut und hier einfach Propaganda betreibt. Geht davon aus, wir können übrigens wieder nicht mehr nachgucken, Wiki, who color, also um zu sehen, wer hat was bearbeitet, ist weg. Ich weise nochmal darauf hin, guckt euch einfach an. Aber diesen Satz können wir schon nachgucken, also das ist ja, das sollte man den Zuschauern vielleicht auch mal mitgeben. Also es gibt ja dieses, X-Tools gibt es ja. Sowohl in Deutsch, also das wäre ja eine kleine Hausaufgabe, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. In X-Tools kann man sehen, wer was eingetragen hat. Es ist ein bisschen umständlicher, aber man kann es auch ganz gut nachvollziehen. Markus, ich weise nochmal darauf hin, dass das seit dem Februar, seit Beginn des Krieges in der Ukraine, ist das eine Schlacht. Es ist, es wird, dieser Eintrag von Bilecki ist auf sozusagen auf ultrakonservative, mutige Special Operations Kriege, der schon immer eine herausragende Führerfigur war, umgeschrieben worden. Also das heißt, den, sage ich mal, US-kompatible Version des Neonazis Bilecki oder des Nazis Bilecki. Und das ist eben, dieser Fehler ist, sowohl im deutschen Wikipedia als auch im englischen Wikipedia, dort sind sie nicht in der Lage, das zu finden. Nein, du erinnerst dich, bei anderen Leuten wird alles durchgeforstet, um irgendeine Stelle zu finden. Man lässt 95 Prozent der Quellen weg, um eine rauszufinden, die man benutzen kann, um jemanden fertig zu machen. Und hier übersehen sie geflüssentlich die übelsten Sachen. Das sind zwei der zentralen Pamphlete von Bilecki, zwei seiner programmatischen, politischen Schriften, die er verfasst hat, also sozusagen ein Manifest. Und das kommt nicht vor. Stattdessen wird er weiß gewaschen. Ich möchte nur auf Hukala raus, also ich finde es verdächtig, genau wie du, dass das Hukala jetzt irgendwie gerade jetzt nicht funktioniert. Allerdings hat es auch schon vorher mal nicht funktioniert. Also das heißt, ich finde es verdächtig, aber ich würde mich noch nicht hinstellen und sagen, das ist Absicht, dass Hukala uns hier beschnitten wird und wir dann mit dem Publikum arbeiten können. Das ist das zweite Mal. Also warum sind Sie mich da? Das ist schon das vierte Mal insgesamt. Also Hukala ist schon öfter mal nicht da gewesen, aber die Länge und auch, dass es jetzt so kurz nacheinander nicht da, das halte ich für sehr, sehr verdächtig. Aber das ist so halt Verdacht und Beweisen. Das ist immer so ein Unterschied. Okay. Aber jetzt gehen wir noch mal weiter. Wenn du jetzt eine weitergehst, das wolltest du noch mal zeigen, denn das hat Infekte gehabt. Was auch wieder. Hier ist jetzt noch mal dieses Who is Henry Bilecki, the founder of the Ars of Battalion, Putin's Black Beast. Das hatte ich vorhin schon mal, diesen Artikel. Und jetzt ist das Interessante, Bilecki wurde 2014 Mitglied des ukrainischen Parlaments, also mit dem Maidan-Putsch. Seine aggressiven Äußerungen haben ihn ins Fadenkreuz westlicher Mächte gebracht. In der Vergangenheit befürwortete er einen Kreuzzug gegen die von Semiten angeführten Untermenschen und forderte die Befreiung der weißen Rasse. Haben wir gerade gesehen. In der Folge weigerten sich die Vereinigten Staaten, Kanada und andere Länder, die Asowschen zu unterstützen, das Asowsche Bataillon zu unterstützen und wollten das sogar in die Liste der Terrororganisationen aufnehmen. Eine Idee, die nicht aufging. Das heißt, diese Äußerungen von ihm haben tatsächlich immense politische Konsequenzen gehabt, nämlich das Pentagon hatte Geld freigegeben für Asow und dann hat der amerikanische Senat hat das gestoppt. Es gab sogar eine, weil der der Mensch, der da in Christchurch diese über 60 Muslime ermordet hat, der hatte das Asow-Bataillon war dort, ist dort als Söldner gewesen und es war eine seiner geistigen Inspirationen für seine Mordtat. Das ist auch berichtet worden, aber die Sache ist, Biletsky mit diesem Zitat, also mit diesem Nazi-Zitat, hat er sich die Förderung kaputt gemacht, allerdings nur für eine gewisse Zeit, weil das Pentagon dann wieder dafür gesorgt hat, dass das Asow-Bataillon mit Geld unterstützt wurde. Aber man sieht, es hat einen schweren, durch diese Sache, die nicht in Wikipedia zu sehen ist, hat es eine schwere Zurückwerfung gegeben für das Asow-Bataillon und auch diese Tatsache, dass ihm das Geld entzogen wurde, steht nicht in Wikipedia. Also das heißt, das sind, würde ich, als wesentliche Elemente seiner politischen Geschichte, kommt nicht vor, stattdessen diese Heldengeschichte des Kämpfers, der bereits als Zwölfjähriger die ukrainische Fahne hisst und sich weigert, Lenin Komsomolz oder was zu werden. Ja. Okay. Ja, Dirk, erstmal vielen Dank, weil das ist ja der Hammer. Geht noch weiter. Ich habe keine Folie mehr hier. Okay. Also das habe ich jetzt nochmal gezeigt. Okay. Also das ist, wir haben, ich habe das, man sollte das noch weiter verfolgen, weil diese, das Problem ist, dass Biletski eindeutig Nazi ist und auch in diese Richtung in allem argumentiert und man muss halt das, was die USA nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, wo sie ja auch mit diesen ehemaligen Nazis kollaboriert haben, im Sinne gegen damals gegen die Sowjetunion. Jetzt ist ja dieselbe Struktur gegen Russland. Russland sagt Entnazifizierung als Ziel, dass das ihre, was übrigens, das sollte man auch nochmal erwähnen, einer der Punkte des Potsdamer Abkommens war, die Entnazifizierung, also die gemeinschaftliche Aufgabe, was in Deutschland stattfinden sollte. Ja, und das ist hier nicht mehr en vogue, sondern man will diese, Leute kann man nutzen, wie man Bin Laden, also das heißt, die muslimischen, ja, also sie wurden ja als Freedom Fighter bezeichnet, später Al-Qaida-Terroristen, sozusagen die gleichen Leute, man kann diese Leute, die bereit sind zu töten, kann man nutzen, deswegen werden sie positiv dargestellt, solange man sie dafür nutzen kann und danach hat man halt ein Problem damit, aber das kann man beseitigen, das heißt, diese Rechtsradikalen sind in der Ukraine die nützlichen Idioten, die man gegen den Gegner Russland in Stellung bringen kann und dann wird halt die Wirklichkeit zurecht gebogen, aber erstaunlich ist, wie gut das in Wikipedia funktioniert und eben nicht nur im Deutschen, auch im Englischen Wikipedia. Ja, und wir haben noch eine Ergänzung zur letzten Sendung, es ging in der letzten Sendung um Angelika Weiz und ich habe ja da ihren Artikel vorgestellt, Angelika Weiz ist vollkommen unauffällig, was irgendwelchen, irgendwelche extremistischen Äußerungen anbelangt, ganz im Gegenteil, sie ist eine herzallerliebste Frau, so und ich hatte da den Artikel vorgestellt und der sah ja dann damals so aus, ich zeige euch das nochmal, so und das ist Angelika Weiz und da wurde halt das hier unten eingefügt, dieser schöne kleine Absatz, dieser nette Absatz, 2021 beteiligte sich Weiz am Song Heimat des Projektes Die Konferenz, ebenfalls beteiligt waren Personen wie der Rechtsextremist und Sänger der deutschen Band Kategorie C, Hannes Ostendorf, der ehemalige AfD-Politiker Heinrich Fichter, die Verschwörungsideologen Xavier Naidoo, Oliver Janich, Jo Conrad, sowie das dem Laienpreder Ivo Sassik zugeordnete Neurechte-Nachrichtenportal KlagemauerTV, Neurechts, Ich habe das genüsslich auseinandergenommen und auch zum Beispiel aufgezeigt, dass es ziemlich interessant ist, also jemand hat auch geschrieben, die Band Kategorie C bzw. Hannes Ostendorf dürfen gar nicht rechtsextremistisch genannt werden, das war schon vor Gericht sogar, das haben sie jetzt alles geändert und jetzt bin ich mal gespannt, was haben sie denn getan, wie hat sich dieser Artikel entwickelt? Naja, das ist jetzt die aktuelle Version, Moment, da ist die aktuelle Version. 2021 beteiligte sich Weiz am Song Heimat des Projektes Die Konferenz und der Führung von Xavier Nardou, dieser zeichnete für den Text und Musik verantwortlich und am Projekt wirkten etwas mehr als 15 Personen mit, die zu nicht geringen Anteilen aus dem Querdenker, Impfgegner und Reichsbürger umverstanden. So, ich habe nämlich damals gesagt, also Moment mal, jetzt werden also einige Personen da rausgenommen, die sich eignen, um Angelika Weiz maximals zu diskreditieren und jetzt kommt hier, es waren ja 15 Personen, aber die waren zu nicht geringen Anteilen aus dem Querdenker-Impfgegner-Milieu. Das heißt, wenn ich jetzt Impfgegner bin, dann bin ich schon in einem Topf mit Querdenkern, also ist ja eigentlich auch kein negatives Wort, aber hier jetzt ja sowieso bin ich mit Reichsbürgern und Rechtsradikalen in einem Topf. Unglaublich! So, das ist jetzt die aktuelle Frage, das heißt, also wir können hier sehen, die Wikipedianer mögen Angelika Weiz nicht. Angelika Weiz ist nie durch, also nicht mal annähernd, noch nicht mal im Entferntesten annähernd durch irgendwelche rechtsradikalen Äußerungen aufgefallen, sie ist schwarze Blues-Soul- und Gospelsängerin, also Entschuldigung, ja, so und da wird aber sofort was eingebaut und jetzt haben wir hier einen Bilecki, der so auffällig was von Nazi ist, mit einem Symboliken mit dem Text doch dabei, der macht also quasi Mein Kampf Nummer 2 auf und das kannst, du kannst da in einem durch, kannst du diesen Salmon lesen, den wir auch schon von vor 80 Jahren kennen, aber der ist jetzt kein Nazi. Das ist, die sind auf dem rechten Augen blind, wenn es ihnen passt, wenn es ihnen in ihre politische Agenda passt und daran sieht man auch, dann sind das doch Nazi-Kollaborateure, oder nicht? Ach, ich würde sagen, ich weiß, es geht, ja, in gewisser, sie sind auf jeden Fall, kann man sagen, dass ihre, ihr angebliches Entsetzen über diese Ideologie nicht stimmen kann, denn dann würden sie an dieser Stelle, würden sie sagen, halt, solche Leute, das können wir doch nicht unterstützen, dass wir diese Leute jetzt mit Waffen ausstatten und wir müssen diese Konfliktsituation möglichst schnell beenden, aber es ist eben die politische Nutzbarkeit, das heißt, ich unterstelle diesen Leuten, das ist jetzt meine Variante, dass es ihnen in keiner Weise darum geht, gegen eine NS-Ideologie vorzugehen oder zu verhindern, dass so eine Ideologie sich ausbreitet, sondern sie möchten, sie ankleben an Leuten, die sie nicht möchten und bei Leuten, die sie haben, mit denen sie gerne zusammenarbeiten möchten, vertuschen sie, dass sie in diese Richtung denken und das ist unehrlich, es ist verlogen und es ist eine Täuschung der Öffentlichkeit, das ist Wikipedia. Ja, also, ich suche gerade mal die erste Folie hier, wo wir das gezeigt haben, Moment, also, wir können doch sagen, dass hier die Wikipedia nichts anderes ist, als die ausgelagerte PR-Abteilung einer Nazi-Formation, nämlich dem Asov-Bataillon, das ist es doch, oder nicht? So würde zumindest, wie heißt sie, die Anstalt, nee, nicht die Anstalt, wir haben ja Leute, die jetzt unsere, zum Beispiel, die Einträge bearbeiten, also Fiona, Fiona Dingsda, die würde sozusagen so eine Formulierung wählen, um zu sagen, wenn ich jetzt, wenn ich an dieser Stelle irgendwo mich geäußert hätte, würden sie das nutzen, aber sie sind wirklich an der beliebigen Stelle komplett blind, das ist auch, das ist sozusagen, keiner ist dabei und bearbeitet diesen Artikel in diese Richtung und sagt, Moment mal, wir haben es hier, wir haben, also es stellt sich vor, eine dieser Sätze wäre von einem von uns geschrieben worden, das würde rauf und runter und sie würden argumentieren, natürlich muss man das da reinbringen, weil das ein wesentlicher Faktor ist, es ist eine verlogene Gruppe von Leuten, die eine politische Agenda fahren und die diese Sachen nutzen, je nachdem, ob es ihnen in den Kram passt oder nicht, es gibt keine ehrliche, keine ehrliche, kein ehrliches Entsetzen über diese Ideologie oder dass man das verhindern will, sondern man will es nutzen, es ist ein Werkzeug. Also Dirk, du kannst ja gerne das da um den heißen Ball rumdrehen, also ich bin auf dem Standpunkt jetzt, also die Leute, die diesen Artikel so weichgespült haben, wie wir es eben gerade gesehen haben, ungeachtet der Fakten, die sich da aufstellen, das sind Nazi-Kollaborateure, Entschuldigung Dirk, also die, die das so weichgespült haben, es wird ja sicherlich irgendjemanden gegeben haben, der versucht hat, das wieder einzutragen und das einigermaßen sachlich zu gestalten, aber diese Weichspülerei, das sind Nazi-Kollaborateure, das ist die PR-Abteilung, also ich meine, das gehört genauso dazu, wie die kämpfende Einheit, die brauchen ja auch ihre PR-Abteilung und die Wikipedia macht da mit, die Wikipedia eine ganz einfache Sache. Also es ist ja unglaublich, ich meine, wo sind wir denn hier? Okay, das war, ich bin jetzt nicht in die Einzelheiten, welche Leute, ich hätte es gerne mir angeguckt, wer was geschrieben hat, aber wie gesagt, die Möglichkeiten, den Leuten auf die Schliche zu kommen, das hat man immer noch, aber es ist eben ein erhöhter Arbeitsaufwand und so wird gearbeitet und das heißt, in dieser Situation wird propagandistisch gearbeitet, das wird, das ist kein Lexikon, nochmal, das ist doch kein Lexikon, was wir hier vor uns haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht und ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann wieder heißt, der nächste Nazi aus der Ukraine wird vorgestellt von Dirk Pohlmann. Bleiben Sie dran und ich freue mich auf Sie in der nächsten Sendung und ganz schön wäre, wenn Sie nochmal uns im Abspann nachgucken würden, da gibt es nämlich auch noch diesen Spendenhinweis, wir haben letztes Mal relativ wenig bekommen, vielleicht haben Sie Lust, uns wieder ein bisschen mehr zu spenden, dann gucken Sie mal da drauf, wir würden uns über jede Überweisung oder PayPal-Zahlung freuen. Vielen, vielen Dank und machen Sie es gut bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.